Es ist jetzt ungefähr 12 Uhr nachts, immer noch ziemlich hell. Hier vorne war irgendein kleines Tier gerade, was die Nüsse, die ich vorhin rausgeschmissen habe, die mir verbrannt waren, weggeknabbert hat. Jetzt ist es aber abgehauen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ich habe ja in meinem Leben schon viel durch. Und ich fange mal mit Drogen an. Angefangen, Einstiegsdroge, können Sie einem erzählen, was Sie wollen, ist Alkohol. Gut, dann kam Haschig, Mariana dazu, Kokain, LSD. Und, aber das, was ich hier jetzt gerade erlebe, also meine Erfahrungen mit den Drogen waren immer gut. Dann kann ich, sagen wir mal, zu 95 Prozent. Aber das, was ich hier jetzt gerade erlebe, dafür brauche ich keine Droge. Das hier, der Sternenhimmel, der ist jetzt gerade erst hier oben auf. Und, wie gesagt, das ist jetzt kurz nach 12 Uhr in der Nacht. Nee, hier brauche ich keine Droge. Meine Droge hier ist, Unimog fahren, wenn er läuft und gut das Essen.